Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Docker. Heute wollen wir endlich mal die ersten Schritte wagen und mit Docker einen Container erstellen. Nun, ein Container ist nicht das erste Produkt, das ihr bei Docker braucht. Ihr braucht zunächst einmal ein Image. Images sind sozusagen die Bauanleitung für Container, denn Container werden jedes Mal neu zusammen erstellt, quasi aus den Images. Das heißt, das Image gibt euch an, wie der Container gebaut wird und der Container kann sich hunderttausend Mal aus demselben Image bauen. Das ist sehr, sehr nützlich, denn dadurch kann man eben diese wunderbare Skalierung erhalten, von der ich in der Einleitung gesprochen habe. Aber fangen wir an. Zunächst einmal, die ganze Zeit werde ich jetzt hier schreiben sudo und dann irgendein Befehl mit Docker. Wenn ihr auf einem Windows seid, beziehungsweise wenn ihr vielleicht andere Berechtigungen habt, dann braucht ihr dieses sudo nicht. Ihr könnt erstmal probieren, sudo, pull und dann busybox einzugeben. Dann kommt bei mir permission denied. Das ist, weil ich eben kein sudo eingegeben habe. Wenn ich sudo vorne dran eingebe, funktioniert das bei mir. Probiert es aber erstmal ohne aus, denn zum Beispiel unter Windows braucht ihr das nicht. So, jetzt zu dem Command hier sudo docker pull busybox. Was tut das? Nun ja, sudo lässt mich das Ganze als Administrator ausführen. Docker spricht Docker an und pull busybox heißt so viel wie, lade bitte das Image von busybox runter. Busybox ist die Bezeichnung. Das heißt, wir laden hier gerade ein Image herunter, das irgendjemand anders für uns bereitgestellt hat. Und dieses für uns bereitgestellt hat, ist ähnlich zu verstehen wie ein GitHub Repository. Nämlich es ist online und zwar auf Docker Hub. Ihr müsst euch dazu allerdings nicht anmelden, ihr müsst dazu gar nichts machen. Ihr müsst einfach nur eingeben, ich möchte gerne Busybox haben und sagt, ich hätte ganz gerne das Image von der Busybox. Das ist sehr, sehr klein. Das heißt, es ist wirklich nur die Bauanleitung. Allerdings führt die dazu, dass man sich das hier eben runterladen kann. Und hier sehen wir auch, wie das Ganze aussieht. Hier sehen wir sogar, was für einen Fingerabdruck es quasi hat. Hier solltet ihr auf jeden Fall stehen haben, pull complete. Das sagt so viel aus wie, jetzt sind wir fertig und dann können wir das auch schon verwenden. So, nun da ihr das Image runtergeladen habt, könnt ihr es natürlich auch angucken. Das heißt, ihr könnt überprüfen, welche Images denn ihr eigentlich zur Verfügung habt. Das macht ihr mit sudo Docker Images, beziehungsweise einfach nur Docker Images. Und in meinem Fall sind das ein paar viele, die auch teilweise ein bisschen größer sind als das, was man jetzt so erwarten würde. Aber wir sehen hier oben, hier finden wir die Busybox und zwar mit dem Tag Latest. Das heißt quasi die neueste Version. Und wir haben hier eine Image-ID. Das ist quasi die ID, mit der wir unser Image auf diesem Computer ansprechen können. Die kann sich bei euch durchaus unterscheiden. Und wir sehen auch hier, wann wir das erstellt haben. Wobei bei mir two days ago, weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht. Aber nun gut, hier hinten dran sehen wir natürlich auch die Größe. Und wir sehen hier, dass das definitiv mehr ist als einfach nur eine Textdatei, wie man Sachen erstellt. Also hier unten sehen wir zum Beispiel, ich habe hier ein Dingens, das über drei Gigabyte groß ist. Das liegt einfach daran, dass wirklich viel drin ist. Das liegt daran, dass das, also dass das so groß ist, liegt einfach daran, dass hier natürlich auch alle Dateien mit rein müssen. Das heißt, ich habe hier zusätzlich zu meiner Bauanleitung, habe ich natürlich auch alle Dateien, die ich zum Bau benötige. Das heißt, es bringt euch quasi nichts, wenn ihr nur, wenn ihr mal in Terms of Lego denkt sozusagen, bringt euch das nichts, wenn ihr nur die Lego Bauanleitung habt. Ihr braucht natürlich auch die Teile und die Teile sind da auch mit dabei. Einfach mit dem Image mit runtergeladen worden. Super praktisch. Ihr werdet allerdings nicht alle davon hier auf Docker Hub finden, weil ich natürlich auch manche bei mir lokal erstellt habe. Weil wie gesagt, ich habe das schon jetzt eine Weile verwendet. Ähm, genau. Und ja, damit können wir jetzt weitermachen, indem wir hier zum Beispiel das Ganze starten. Und das machen wir mit dem sehr einfachen Befehl sudo docker run busybox. So, und ja, jetzt starten wir quasi busybox und jetzt sind wir fertig. Ist jetzt irgendwas schiefgelaufen? Nein, es ist nicht schiefgelaufen. Busybox ist einfach eine sehr komische Box, könnte man so behaupten, ähm, die sich einfach, wenn sie sich startet, führt sie den Befehl aus, den ihr hinten dran angebt. Und zwar in der Box drin. Und wenn eben der Befehl abgearbeitet wurde, naja, dann ist halt die Box wieder fertig. Das heißt, sie beendet sich selber. Ähm, und das heißt, wir geben hier einfach mal hinten dran an, mit was wir sie starten wollen. Wir echoen einfach mal raus. Hallo Welt 42. Und das passt. So, und wenn wir das jetzt ausführen, dann kommt hier Hallo Welt 42 und wir sind fertig. Habt ihr gesehen, wie schnell das geht? Wenn wir eine vollwertige virtuelle Maschine starten müssten oder würden, dann, ähm, würde das hier ungefähr eine Minute gehen oder so. So war es eine Sache von ein paar Sekunden. Ja, nun, das Ganze ist jetzt offensichtlich kein Image mehr. Denn ich habe ja schon mehrfach gesagt, Images sind die Bauanleitung, während die tatsächlichen fertigen, ähm, Container sind Container. Das heißt, es sind keine virtuellen Maschinen, sondern Container. Deswegen muss ich Container sagen. Das heißt, das, was tatsächlich ausgeführt wird, ist eigentlich ein Container. Und das können wir überprüfen, indem wir sagen, sudo docker ps. Und das habe ich euch schon gezeigt, was hier gerade eigentlich am Laufen ist. Naja, hier ist irgendwie nichts drin, ne? Ja, okay, was machen wir denn jetzt? Nun, wir wissen, dass mit sudo docker ps einfach nur die laufenden Container angezeigt werden. Allerdings nicht die, die zwar noch rumfahren, aber nicht mehr aktiv sind. Das heißt, ich habe einen laufenden Container, ich habe ihn nicht ausgeschaltet, eben für genau diesen Zweck. Und zwar den MySQL Container, also quasi eine Datenbank. Aber ich habe natürlich auch noch den Container von der Busybox im Hintergrund laufen, beziehungsweise im Hintergrund rumfahren. Weil natürlich meine Busybox bereits mal an war. Und ja, deswegen möchte ich hier natürlich mir alle anzeigen lassen. Das mache ich mit minus a. So, und hier sehen wir jetzt plötzlich, aha, hier ist noch ein bisschen mehr dabei. Wir müssen ab hier lesen. Und zwar einmal haben wir MySQL. Das ist der laufende Container, der schon seit über einer Stunde ausgeführt ist. Und dann haben, äh, Quatsch, das ist der hier unten. Ab zwei, ah, jetzt sind wir gerade auf zwei Stunden. Hochgeswitcht. Und dann haben wir hier zweimal die Busybox, die mit einem Befehl ausgeführt wurde. Nämlich Echo, Hallo Welt, Komma, vier, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist einfach zwei. Ähm, noch hinten dran und das Ausrufezeichen. Und dann haben wir hier noch einen, der mit einfach nur SH ausgeführt wurde, was so viel wie Shell bedeutet. Ähm, sprich nichts weiter. Und der dann sofort eben wieder rausgegangen ist. Und ja, diese beiden wurden gerade vor einer Minute, beziehungsweise zwei Minuten erstellt und sind beide aus. Also das heißt quasi exited, ja. Und hier hinten dran sehen wir noch die Namen. Das heißt, wir haben hier einmal Pensive Dude Nay. Und einmal haben wir hier Nostalgic Jones. Ich glaube, das ist mehr so ein Easter Egg, dass die Busybox sich immer so ein kleines bisschen umbenennt. Aber ja, das ist im Endeffekt quasi die Variante, die ihr braucht, um eure ganzen Container anzeigen zu lassen. Nun, diese ganzen Container verbrauchen natürlich auch Speicher. Und Container sind im Normalfall sogar größer als ihre Images. Logischerweise. Und das heißt, wenn wir diese beiden Container hier wieder löschen wollen, dann schnappen wir uns hier vorne einfach die Container ID und sagen sudo docker remove rm diesen Container und den zweiten Container hier einfach auch hinten dran hängen. So, und jetzt sind sie beide weg. Wenn es erfolgreich ausgeführt wird, also das Löschen von den beiden Containern, dann bekommt ich hier einmal die ID nochmal ausgegeben als kleines Feedback, dass es auch funktioniert hat. Und jetzt sehen wir, aha, der einzige Container, der noch da ist, ist der MySQL Container, der im Hintergrund quasi weiterläuft. Wundervoll. Wenn ihr jetzt alle Container loswerden wollt, die gerade nicht mehr am Laufen sind oder die eben gerade schon beendet wurden, also hier quasi exited sind, dann geht das auch. Allerdings müsst ihr dann ein kleines bisschen in die Trickkiste reingreifen. Und zwar sagen wir hier sudo docker rm. Und jetzt müssen wir ein bisschen bash machen. Das heißt, wir schreiben hier einen Dollar rein. Und Dollar ist quasi für diesen Befehl aus und ersetzt das, was dann da steht, mit dem, was hier ausgegeben wird. Das heißt, wir sagen hier nochmal drin, sudo docker ps, also gib mir alle Container, aber wirklich alle, auch die fertigen Container. Und zwar bitte nur deren IDs. Das macht dieses minus q hier. Und anschließend filter doch bitte mal, dass wirklich nur die beendeten Container hier angezeigt werden. Das heißt, Status gleich exited. Also die beendeten Container sollen angezeigt werden. Alle anderen sollen nicht angezeigt werden. Und von denen sollen auch nur die IDs angezeigt werden. Und die sollen dann hier eingetragen werden. Sprich, sie werden hier removed, also entfernt. Ja, und das bedeutet, wir entfernen gerade einen Container. Naja, warum bekomme ich jetzt das hier? Ganz einfach, weil dieses sudo docker ps minus aq minus f status exited gibt bei mir einfach leer aus, also quasi nichts. Weil ich natürlich keine Container habe, die noch nicht beendet wurden. Ihr seht es hier, es ist leer. Das heißt, docker versucht mir gerade zu sagen, hey, schon mal, wenn du einen Container entfernen möchtest, dann gib doch bitte auch die ID an. Und die habe ich halt gerade einfach nicht angegeben. Sprich, wenn das hier kommt, dann wisst ihr, okay, dieser Befehl hier hat einfach gerade nichts getan, weil ich keine beendeten Container habe. Das heißt, lasst uns nochmal ganz kurz eine Busybox starten. Mit Hallo Welt zum Beispiel. So, da ist sie. Und jetzt entfernen wir einfach mal alle Container mit dem Status exited. Und wir sehen, okay, der Container C, 6, B, 5, A, 5 und so weiter und so fort wurde gerade erfolgreich entfernt. Das ist sozusagen der Shortcut, den ihr verwenden könnt. Ich würde euch fast empfehlen, euch den irgendwie irgendwo reinzuschreiben, quasi als kleines Gimmick sozusagen, weil damit kann man wirklich sein Leben stark vereinfachen. Würde ich euch wirklich empfehlen. Okay, ja, und das ist es eigentlich auch schon, was ich euch für dieses Video zeigen wollte. Eine Sache noch, und zwar in der neuesten Version von Docker kann man das auch tatsächlich machen. Ich brauche hier nochmal ganz kurz eine Busybox, damit ich auch wirklich wieder einen Container drin habe. Also wir sehen hier, dass wir eine Busybox und einen MySQL Container haben. Und wir wollen jetzt quasi die einfache Variante nehmen, um diesen Container, der schon beendet wurde, wieder zu entfernen. Das können wir auch machen mit sudo docker container prune. Das heißt, beschneide quasi, alles wegschmeißen, was eben gerade nicht mehr verwendet wird. Möchte ich das wirklich machen? Ja, ich möchte. Also wird mir der Container hier gelöscht. Und ja, da sehen wir, dass der Total Reclaim Space 0 Byte war. War offensichtlich keine so große Busybox. Aber hey, immerhin. Okay, und das ist eigentlich schon die kleine, aber feine Einführung in Docker, wie ihr im Endeffekt mit Containern umgehen könnt. So könnt ihr Container starten. Also Docker Run ist quasi wahrscheinlich das, was ihr am allermeisten verwendet. Natürlich gibt es zu Docker Run noch mehr, aber das werde ich euch dann im Laufe der Serie noch weiter zeigen. Das war es von meiner Seite erstmal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.